Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 6. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 497 und ich habe heute die folgenden Themen für euch. Dayview, Mario Siegel, HSG, Hyperdrive, Paul Allen und SwiftKey. Ich beginne mit Dayview. Das Ganze ist in der Version 1.0 eine App für die Apple TV, für all diejenigen, die bei ihrem iPhone es mögen, da beim Runterwischen und nach rechts wegschieben, die Infos zum aktuellen Tag zu bekommen, sei das Wetter, sei das Börsen, sei das Kalender etc. News. Und wer das, wie gesagt, mag auf dem iPhone, kann das jetzt auch auf seine Apple TV bekommen. Dazu hat der junge Herr eben ein paar Widgets in der App programmiert, so dass man eben die ganzen Informationen, die man so braucht, auf dem Screen machen kann. Wer nutzt oder soll sowas nutzen? Jemand, der morgens und abends kurz seinen Fernseher anschaltet oder aktiviert und dann auf der Apple TV gleich eine Übersicht haben möchte, was, wann und wo aktuell stattfindet. Das macht natürlich in einem Familienhaushalt ein bisschen weniger Sinn mit personalisierten Infos, aber bei Singles und sonstig im Büro und so weiter macht das auf jeden Fall Sinn und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, werde das auf jeden Fall für mich verfolgen. Mario Siegel ist ja der Namensgeber, das hat Nintendo mittlerweile bekannt gegeben für die Kultfigur, denn früher als Codename bei der Entwicklung hieß der junge Herr Mario, also vom Mario-Spielen Jumpman und ich bin eigentlich froh, ist der Herr Siegel der Namensgeber des Spiels, weil Jumpman war ein bisschen anders gewesen. Mario ist halt ein bisschen persönlicher. Wie die Geschichte darum herum passiert ist und was da genau passiert ist, warum er der Namensgeber war und was er vom Beruf war, logischerweise im Bereich Klempner unterwegs oder eben doch nicht, das könnt ihr bei uns nachlesen. Daily.geektalk.ch, da haben wir in der aktuellen Folge einen Beitrag dazu verlinkt. Die HSG ist die Universität in St. Gallen und die hat sich jetzt, vielleicht für die österreichischen und deutschen Zuhörer, St. Gallen ist eine Stadt im östlichen Part der Schweiz, die haben sich jetzt einen Supercomputer angeschafft im Wert von knapp 400.000 US-Dollar. Mit der Hardware möchte man sich im Bereich KI-Forschung etablieren und setzt dabei auf NVIDIA DIG X2, so heisst der Supercomputer. Ist fast 200 Kilogramm schwer, also deutlich leichter als von mir eigentlich angenommen, aber ja, doch schon ein rechtes Biest, würde ich behaupten. Ja, gehen wir weiter mit dem nächsten Thema. Vom MacBook Air kennen wir es ja und bei all den anderen Ultrabooks, die mittlerweile auf dem Markt sind, ist es ja das Gleiche. Die meisten haben 1, 2, 3, ja dann hört es dann schon meistens auf, USB-Ports und da ist es meistens ein bisschen wenig. Deshalb gibt es die unzähligen Docks, Docking-Stationen, Adapter und so weiter Möglichkeiten, um eben mehr Geräte an solchen Geräten anzuschliessen. Und vor nicht mal knapp doch einer Woche hat Apple ja die neuen iPad-Serie vorgestellt, die iPad Pro-Serie und die haben ja einen neuen USB-C-Port. Und da kam dann gleich die Frage, was kann man da anschliessen? Apple hat ja vorausgegeben, dass da zum einen ein Display angebracht werden kann oder eben direkt eine Kamera. Und jetzt hat Hyperdrive einen Adapter rausgeschmissen oder zumindest angekündigt, mit dem man diverse Geräte anschliessen kann. Vom 3,5 mm Klinkenstecker über einen Slot für SD- und Micro-SD-Karten, eine USB-A-Schnittstelle, also die breiten USB-Ports, die alten quasi und so weiter. Da ist alles Mögliche dran verbaut. Aktuell für Frühbesteller, die bekommen es knapp für 50 Dollar. All die anderen, die es nachher im normalen Handel bestellen, dürfen 99, also knapp 100 Dollar dafür bezahlen. Wer da also sowas kauft, das neue iPad sich kauft, der kann sich überlegen, sowas zuzulegen. Am 15.10. ist ja Paul Allen, einer der Mitbegründer und auch einer, der Microsoft mit vorangebracht hat, somit von uns gegangen und er variativ verwurzelt, das hat ja Achim damals in der Daily auch erzählt, in der Stadt Seattle. Vor allem hat er sich da im Sportbereich sehr stark engagiert. Und ihm zu Ehren hat man jetzt die Stadt, die Skyline der Stadt in der Farbe Blau erscheinen lassen. Wie das ausgesehen hat, dazu unbedingt mal reinschauen. Es sind wunderschöne Bilder, wie ich finde, verlinkt bei uns natürlich in den Shownotes. Und zu guter Letzt gehe ich noch auf die Android-Seite. Da gab es Updates von Seiten Microsoft. Die haben sich ja vor, jetzt ist auch schon wieder ein paar Jahre her, SwiftKey gekauft und das auch stetig weiterentwickelt. Da gibt es jetzt eine neue Version, die aber, und das wird alle Google-Suchnutzer nicht ganz so freuen, Bing als Standard eingesetzt hat bei der Suchmaschine. Ich hoffe doch, schon Microsoft zuliebe, dass sie da bald wieder die Option bieten, das Ganze optional zu ändern. Auch ein Update gab es zusätzlich auf dem Edge, also ihren eigenen Browser, den sie unter Android auch anbieten, wie bei iOS. Und auch da gab es ein paar kleine Detailverbesserungen, wie eine visuelle Suche etc. Wer die beiden Apps also nutzt, geht wieder mal in den Play Store und macht Updates der beiden Apps. Und natürlich auch all der anderen Apps, die da rumliegen und für euch ein Update haben. Das macht immer wieder mal Sinn für all diejenigen, die es eh nicht automatisiert haben. In diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Reinhören, fürs Zuschauen. Zuschauen, genau. Fürs Reinhören und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Euch einen schönen Start in den Tag. Und ja, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.